Hey! Oh! Meine lieben Freunde! Willkommen zurück zu Svenkorb. Ich dachte du sagst auch mal um was. Ich hab doch Medic gesagt. Okay, gehst du rein? Nein, diesmal gehst du. Ich bin letztes Mal gegangen. Hä? Ich war das letzte Mal schon. Stimmt, du warst das allerletzte Mal. Okay, dann geh ich. Wui, wui. Kann ich dir vertrauen? Ich will erst mal schauen, was die Sachen immer machen. Naja, das macht den blauen Block aktiv da. Aber mach mal. Moment, wobeschieße ich da rauf? Genau. Okay, das schießt. Und dann schießt man nochmal rauf? Gut. Dann musst du schnell sein, glaube ich. Das geht ja gar nicht. Während ich falle. Warte mal. Hä? Wie soll das gehen? Ach so! Ich muss Feuer runter springen und du musst mich beim Fallen kurz vor dem Ende da mit dieser einen Platte auffangen. Ich hoffe, dass es geht. Ja, es muss gehen. Und zwar springe ich jetzt. Oh, das war knapp. Okay. So, wenn ich etwas hochfahre, steht vor dir ein Soldat. Okay, warte, warte, warte. Bereit? Warte. Jetzt. Okay. Jetzt geh auf die Plattform. Ja. Wenn ich dich hochfahre, steht vor dir ein Soldat. Okay. Einfach runter? Jetzt geh runter. Einfach runter. Wenn ich aufmache, steht vor dir... Na, du weißt schon. Okay. Ich bin tot. Was killt war ja ein Evil Otis. Naja, ich habe zu viel Fallscham bekommen. Der Evil Otis ist okay. Warte mal. Was? Heißt der Evil Otis? Ja? Ist gerade gar nicht drauf geachtet. Ja. Geil. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Ich glaube, ich habe zu viel... Also ich habe auf jeden Fall zu viel Fallscham bekommen. Und auch zu viel Damage davon abgesehen. Okay. Könnte ich vielleicht irgendwo daran lutschen? Und davon lenke ich dich ohne Grund auf die Lutschi Gun. Ne. Okay. Drei, zwei, eins. Ich springe. Boah, das war gut. Ja, ich habe keinen Fallscham bekommen. Ich habe mich einfach nur zu doof angestellt. So, vor dir ist wieder Otis. Okay. Pass auf. Drei, zwei, eins. Geh runter. Ja. So. Ja, jetzt. Äh, ich fahre dich hoch. Vor dir ist wieder Otis. Pass auf. Drei, zwei, eins. Geh los. Rote. Okay. Weiter. Jetzt hier rauf. Äh, ach so. Okay. Ja. Okay. Bin durch. Hm. Hab aus. Kannst du irgendeinen Kopf drücken, damit ich auch zur Tür komme? Ja, ja. Habe ich schon. Genau. So, ich brauche auch unbedingt einen. Hm, und hier ist das nächste Evil Otis Game. Kannst du hier rauskommen, wie sind die Mädchen jetzt im Zweifelsfall? Okay. Willst du das nächste auch schon oder soll ich da spielen? Ne, mir macht es eigentlich Spaß. Ich würde auch drin sein. Ich mach drin. Okay, dann bleib drin. Na, warte mal. Was? So. Ja, ich wollte nur was machen. Musst du mal kurz cutten. Okay. Na dann? Heilen. Heilen muss ich mich. Wo? Draußen hat mich gesagt. Ich kann auch so machen. Okay. Dann hinein. Ich schaue noch vorher, was die Dinger machen. Also, gehen wir mal nicht zu weit rein. Mhm. Okay, das fährt das hoch. Sehr merkwürdig. Das fährt das runter und das hoch. Interessant. Okay, es kann sein, dass es nicht beim ersten Anlauf klappt. Es ist ziemlich kompliziert. Okay, geh rauf. Wenn ich dich jetzt hochfahre, steht vor dir Otis. Ich würde wieder SMG-Granaten nehmen an deiner Stelle. Ich hab leider keine... Aber egal, ich hab Stummgewehr. Irgendwas Long Range Wesiges. Die Schrubflint ist vielleicht nicht das Wetter dafür. Genau. Oh, was? Jetzt da rüber. Alter! Ich hab nur noch 32 Leben. So, wenn ich den Block hochfahre, ist wieder Otis vor dir. Okay. Dann musst du drunter und unter dir ist nochmal Otis vor dir. Das überlebe ich glaube ich nicht. Aber egal. Mach mal. Pass auf. Wie viele Otis hatte ich wieder erwischt? Alter Schwede. Okay. So, dann fahr ich das hier mal wieder runter. Hab ich jetzt ein bisschen mehr gehört? Okay. Okay, ich komme. So. Ich hab keine Gewehranlage. Kommst du? Ich bin schon bereit. Du weißt, der Otis vor dir. Alter! Okay. Ja, der macht... Gleich wieder Otis vor dir. Ja. Oh, da war der andere Otis. Ich muss aufpassen. Jo. Der macht... fast 40 Damage pro... äh... pro Schuss. Ist ja evil, ey. Ist ja auch der evil Otis. Alter Schwede. Okay, ich bin bereit. Alter. Schon wieder 40 Damage. Unter dir? Ja, ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt nachlassen. Alter. Alter. Ist das krass. Ähm, ja. Warte mal. Die Dinger gehen nicht von alleine runter, oder? Dann mache ich es anders diesmal. Was? Diese... ähm... diese... Blöcke gehen nicht von alleine runter, oder? Ne, die muss ich von runter fahren. Okay. Dann mache ich es diesmal anders. Ja. Also wenn du mich jetzt hochfährst, ist sofort Otis da. Warte, 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 warte. Ich muss erst... Ja, okay. Bin bereit. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht! Egal. So, warte mal. Hier war jetzt... Hier war jetzt Otis wo? Genau? Da war Otis vor dir und nochmal Otis unter dir. Okay. Also direkt vor dir und schräg unter dir. Okay. Bereit? Ja. Okay. So, warte. Unter dir? Jetzt geh schnell runter. Hier ist weg. Geh runter. Jetzt hab ich mich wieder da. Geh weiter, geh schnell weiter. Ich hab die falsche Waffe in der Hand gehabt. Alter, der spawnt instant. Alles klar. Gut. Gut. Das muss ich jetzt nicht. Aber ich kann ja hinter... Wenn da unten dann lang ist, kann ich hinter dir die Tür zumachen. Auch gesehen. Okay. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Also erstmal Shutdown wieder. Okay, ich bin bereit. Okay. Okay. Sag, wenn du bereit bist. Bin bereit. Okay. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich muss mal nachladen. Das muss ich feiern. Ich weiß. Okay. Und runter. Und zu. Und da ist noch ein Otis. Geht nicht. Das hat immer ein Delay. Jetzt kann ich zumachen. Da ist noch ein Otis. Den siehst du. Okay, jetzt kannst du runter. Okay. Und da schnell, schnell, schnell einfach... Oh, was machst du? Achso. Okay. Okay. Das Ding hinter dir... Oh, oh. Okay. Jetzt musst du gleich schnell sein. Der Otis hinter dir ist immer noch da. Ich musste einfach mal mit dem Ding wieder hochfahren. Dann bist du am Ziel. Na, dann mach mal. Weil das hinter mir ist... Langsamer. Ja, das war klar. Hättest du nicht hochfahren dürfen. Ich hätte es überlebt. Naja, ich hätte es vielleicht auch nicht überlegt. Aber das ist... Nee, der hat ja jetzt verstanden. Ist doch egal. Nächstes Mal sperrst du dich hinter mir ab. Weil ich jetzt... Ähm, ich schaff es jetzt so rüber zu rennen. Und dann fährst du mich hoch einfach nur, ja? Okay. Wenn du meinst. Jo. Nicht hinter mir absperren. Das ist... Schlecht. Ich war noch nicht so weit! Okay, aber... Boah. Ah! Machst du! Du hast... Wirklich nicht... Gerade nicht vorbereitet, oder? Nicht sonderlich, ne? Werke schon. Was machst du? Oh! Okay, hoch. Jetzt haben wir es geschafft. Du meinst, das Ding hat immer einen Cooldown. Ja, das ist so schlimm. Hier ist doch nicht scheiße, aber auch geht es immer am besten. Was? Wenn ich scheiße baue, geht es immer am besten. Ja, stimmt. Das war voll verkackt eigentlich. Level 2 clear. Good job. Move on. Dangerous Night. Oh, genau. Vor uns gleich. Einen hab ich schonmal. Da ist noch einer. Zweiter. Ich brauche erstmal wieder Leben und so. Muni. Leben? Moment, komm her. Ja. Ja, warte, warte, warte. Ich brauche auch Muni deswegen. Ich bin nämlich ein. Du auch? Ne. Danke. Ich bin nämlich hier gemacht, was mir HP abziehen könnte. Okay. Was ist schon alles? Oh, da ist noch einer. Oh mein Gott. Ich habe auch nochmal schießen können. Und der? Der ist links. Ja, genau da. Genau da an der Stelle. Mann, ich spring nochmal rauf. Ich höre die Wespen die ganze Zeit hier nur. Ich glaube, der ist tot. Wuuh. Scheiße, war das nicht hoch genug? Loi. Verdammt. Ich hätte es schweren können, das war hoch genug. So geht es doch viel einfacher. Ist egal. Das war halt aber nicht cool. Ich habe einen Terminal gefunden. Oh, und Robos. Und irgendwie habe ich gerade Schürz hinter mir gehört. Was macht der da? Oh, jetzt hat er den Scheiß. Bewusst von Assassinen. Achso, diese Blockgegner sind ja Assassinen. Ich vergaß. Diese Schwerttypi, sie kamen auch gar nicht mehr, wa? Was? Diese Schwerttypi waren ja auch scheiße. Ist egal. Sie hatten Stil. Nein, hatten sie nicht. Die sahen scheiße aus und waren auch scheiße. Da, oh. Verdammt. Einer ist tot. Zwei sind schon tot. Es ist nur noch einer am Leben. Gar keiner mehr am Leben. Okay. So, jetzt aber. Wie, es klappt jetzt wieder nicht. Das klappt jetzt. Alter, hast du mich fließelt? Aha. Wow, da ist noch ein Sniper. Wo genau ist der? Ist das ein Sniper? Ja. Ja, es ist ein Sniper. Jetzt nicht mehr. Gott sei Dank ist er nicht so wie Half-Life Sniper. Half-Life 2 meinst du? Ich mein auch Half-Life 1. Revive mich bitte. Ich lieg da vorne einfach. Warum bist du gestorben? Sniper. Achso, ich muss gedrückt halten. Danke dir. So, bitte. Damit arbeiten wir viel zu wenig, wa? Eigentlich immer. Ja, wir respawnen einfach mal nur. Hä? Was denn jetzt? Warum sind sie das nicht kaputt gegangen? Aua, wo ist denn der? Brauch mal eben live. Da ist der Sniper noch. Ich hab 10 HP. Komm her, wenn du live willst. War das live? Ich weiß nicht, wo du genau warst. Kannst du mich wieder benennen? Wo ist der Sniper? Der ist rechts in der Ecke. Der ist rechts in der Ecke, genau. Sieht lustig aus. Ah, ich wohne neu. Jetzt hätte ich auch wieder überleben können. Nee, ich glaube er hätte mich gleich wieder erledigt. Ich hab so den Sniper erledigt gerade. Pass. Deswegen hätte ich wieder überleben können. Ich traf uns auf einen Medic. Hey. Ich benötige jetzt sehr dringend einen. Jep. Sieht wirklich sehr dringend aus. Aber keine live, ne? Mehr. Dann machen wir es halt so. Gebt viel einfacher und schneller. Aber für's andere bekommst du Punkte? Egal, ich bin sowieso immer auf dem ersten. Was sollst du hier machen? Auf wo ein Knopf hin? Da oben ist der Knopf. Aber wir wenden den Part hier erstmal, würde ich sagen. Nose. Oh, ist doch nicht der Knopf hier? Hätte ich schwören können. Yes. Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao, ciao. Und immer einen guten... Oh man. Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.